Es ist so gut. Doch es ist Archisuff drauf, ich werd wahnsinnig, es steht drauf, Archisuff! Da haben wir Archisuff, ich werd wahnsinnig. Archisuff! Willkommen zu Wir Brauen Archisuff. Jetzt erst recht, die Wiedergeburt. Es geht weiter, wir müssen Hopfen hinzufügen. Vielleicht hab ich noch geknellt, um Flaschen zu kaufen. Ich glaub, ein Hopfen ist runtergefallen. Ah, einen springt er noch hoch. Okay, sehr gut. Hefe, Entschuldigung. Hefen, Hopfen, ne, ne. Bisschen Schwund ist immer. Warte mal. Ne, das wollt ich eigentlich nicht. Kann ich die nicht? Das ist ja bescheuert. Dann fangen wir erstmal wieder hoch. So, na, was macht ihr da? Gar nichts. Sehr gut. Ich mein, das ist schrecklich. So, jetzt müssen wir mal die Paletten hier hochholen. Wenigstens ein oder zwei. Und der macht das Archisuff. Archisuff! Archisuff! Das beste Gebäude im ganzen Land. Archisuff, weit und breit. Die Frage, ob eine... ...eine Dingens reicht. Wollen wir noch ein paar Flaschen... Wir brauchen auf jeden Fall mehr Flaschen. Archisuff muss in die Welt exportiert werden. Pass auf, das kommt jetzt mal hier rüber. Haben wir hier ein bisschen Ordnung? Ein bisschen Ordnung muss sein. Oh yeah, das ist fein. Oh nein, denn die Ordnung muss sein. Das wäre doch so fein. Oh nein, das wäre doch nicht ganz so... Puff, pull, pali, pulli. So. Ja, ja, ja. Hervorragend. Okay. Ich habe vergessen, wie ich es an- oder ausschalte. Da. Ach, Escape. So. Weißt du, das müsste mich da noch irgendwie Geld kosten, während das Gerät läuft. So, ich will die Bottler da noch nicht dran setzen. Jetzt hol mir erst mal Flaschen. Okay. Okay. Keine Ahnung. Wir holen mal 24 Kisten. 24 Kisten, ja. Das ist doch super wunderbar. Doch 24 Kisten, ja. Das ist doch super wunderbar. Uh-huh. Das ist doch super wunderbar. Sie sind doch sehr wunderbar. Ach, scheiße. Ich bin voll am träumen, Alter. Ich bin so am träumen gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Ist schon spät. Ist schon spät. Wir haben Alp 2. Ist eigentlich nicht so spät. Für Gamer-Verhältnisse ist es lächerlich früh. Aber ich war gerade woanders. Oh Mann, ey. Wie peinlich. Ist die Frage, eigentlich müsste ich hier Warte, ich muss mal das Werkzeug Ding hinzuholen. Ich muss mal speichern, das ist ganz wichtig. So. Man merkt, das Spiel ist wirklich unfertig. Also wirklich unfertig. Weil einfach auch dieses Welche Spiel ist mit anderen Werkzeugen, die es gar nicht gibt? Förderband M. Das ist einfach länger, ja? Förderband M. Und Hefelagerung, das haben wir haben alles gebaut. Das ist alles fertig und noch ein ganz langes Förderband. Aber Hm. Ich glaube, Eine Palette Flaschen reicht nicht, oder? Ja. Archie-Suff unten schon fertig ist. Wir bestellen noch eine Palette. Dann können wir, vielleicht schaffen wir zwei volle Paletten Archie-Suff. Das wäre ein schönes Ziel. Ich glaube, wir schaffen noch viel mehr. Wie viel ist denn in so einer Flasche? Wie viel? 300 Liter machen wir? Ich glaube, wir machen jetzt zwei Paletten. Das ist erstmal ein Ziel. Los geht's. Ich denke mal schon, dass er mit Archie so fertig ist. Das ist gleich wieder leer. So. Ich habe keinen Kaffee mehr. Oh nein. Ich gehe in Zeitlupe. Das Kaffeezeug, das hätten sie... Es ist eigentlich okay. Es ist aber ein bisschen nervig. Weil es ist halt direkt so von Normalgeschwindigkeit zu... Ja gut, ich gehe, ne? Keine Ahnung. Ich mag tatsächlich diese Fabrik-Aufschließen-Sachen. Mittlerweile muss ich sagen, dieser neue Tag... Ich hatte mal gedacht, dass es irgendwie... Ein Tag Progress ist dann weg. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. So. Jetzt gehen wir mal nach Archie-Suff gucken. Noch 30 Sekunden. Sehr schön. Dann können wir die anderen schon mal in ihre Arbeitsplätze... Begeben lassen. Folgen. Folgen. Sind wir jetzt auf Folgen? Ne. Folgen. Folgen. Ich weiß gar nicht. Eigentlich müssen wir gar keinen hier heranstellen. Aber gut, die Kisten holen und so. Also ich glaube, der will nicht. Ja. Okay. Dann holen wir den anderen. Also der ist für den Arsch. Er ist so richtig nutzlos. Kannst du das machen? Ich nicht, äh... Was? Bier? Los geht's. Komm schon, du Lappen! Sehr gut. Wie beeilt er sich jetzt? Das sind die Paletten. Sollen wir schon mal mit einem anfangen? Ja, Achi Sof! Los! Aber leider sind da keine Etiketten auf die Flaschen. Und ich bete, dass der das noch macht. Da steht nur Bier drauf. Total blöd. Aber ich finde das hier echt cool. Guck, jetzt noch Deckel. Es ist so gut. Doch, es ist Arschi Sof drauf. Ich werde wahnsinnig. Es steht drauf. Arschi Sof! Da haben wir Arschi Sof. Ich werde wahnsinnig. Arschi Sof! Aber leider doppelte Logo. Ist das natürlich doof. Aber trotzdem, Alter. Wir haben Arschi Sof. Geil. Geil, geil. Ist das geil. Wir werden reich. Die Leute werden es lieben. Und die füllen die Flaschen auf. Das ist ein richtiger High-End-Job. Alter. Ist das cool. Schade, dass wir die Etikettierung nicht sehen. Aber das sieht auch sehr basic aus. Ich wette, dass das hier noch schöner macht. Ich sehe mir gar nicht, wo er die Korken herholt oder so. Ach, das steht Arschi Sof auf beiden Seiten drauf. Alter, geil. Arschi Sof. Jetzt im Handel. Ich will Arschi Sof haben. Arschi Sof! Schon mal Position vorhanden. Jetzt holen wir direkt nochmal einen neuen Sprit-Dingens. Ich fahr mal gerade leer. Okay. Holen wir gerade nochmal Benzin. Bisschen kratzen. Endlich haben wir Arschi Sof, ey. Endlich. Mein Gott. Was eine Odyssee. Oh, du hast die Bierfabrik. Ja, aber es dauert ungefähr fünf Stunden, bevor du überhaupt einen Arschi Sof brauen darfst. Aber ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Das hier wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Wir machen jetzt hier Bierladung, verkaufen, dass es gut ist. Weil wir haben alles. Und wenn ich nämlich jetzt warte und hoffe, der Developer macht das auch fertig, dann sind wir richtig gut vorbereitet, wenn dann viel mehr Content da ist. So 1-Bild-Noodle-Release oder so. Dann nochmal Bierfactory. Richtig gut. Guck mal, da steht Heineken. Das muss aber auch noch geändert werden. Ach, da darf das überhaupt Heineken hat er da geschrieben. Made from Bierfactory. Ich glaube, das war es, ne? Ja. Cool, da steht sogar Arschi Sof drauf. Ich werde wahnsinnig, dass hier doch Arschi Sof drauf ist. Ist das cool. Das ist wirklich... Also, ne, dafür musst du den Developer echt loben, dass er auch gemacht hat, dass du eigene Logos reinmachen kannst. Das sind so richtig kleine Goldies. Richtig gut. Der Arschi Sof muss in die Welt hinausgetragen werden. Bau Regale, denn du brauchst davon viele. Bla, bla, bla. Noch nicht ein Regal gebraucht. Das war es auch, ne? Ne, wir haben keine Flaschen mehr. Oh, ich habe jetzt hier Arschi Sof umgefahren. Egal. Ein bisschen Arschi... Mann, kann ich nicht so eine Kiste Arschi Sof haben? Im Ernst? Also, das wäre es ja... Ah, der ist egal, oder? Ah, egal. Jetzt müssen wir den noch wegmachen, ey. Die Nervensäge. Noch einmal Francis umballern. Francis, du Lappen. Ich bewerfe dich mit Arschi Sof. Das hast du verdient. Das wird doch eigentlich die Waffe. Der nimmt das und dann besäuft er sich. Ah, blöder Sack. Also, den mache ich beim nächsten Mal auf jeden Fall aus, die Nervensäge. Okay, so. Jetzt bestellen wir den Druck. Ne? Guck mal, die kannst du auch ein... Alter, die kannst du auch einarbeiten lassen. So, globaler Markt. Dock Manager. Lastwagen bestellen. Dock 0. Ist einfach viel zu groß. Weißt du, die erste Fabrik ist so mini und hier ist so mega groß. Ist halt... Ist überhaupt kein Verhältnis. So gar nicht. Und jetzt schicken wir den wieder weg und dann haben wir es. ein bisschen kürzer die Folge, aber... Wie gesagt, ich würde ja gerne jetzt noch so Strecken bauen und so. 3.000 haben wir gemacht. Alter. Ja, also, das macht jetzt wirklich keinen Sinn, weil die sind so scheiße reich. Ja. Ja, geil. Cool. Tja, Leute. Sehr viel Spaß gemacht. Das hat euch auch anscheinend sehr viel Spaß gemacht, zuzugucken. Ich danke euch dafür. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Wer das hier toll fand, guckt bei mir den Gas Station Simulator. Ja, Gas wie Gas geschrieben. Das ist der Tankstellen Simulator. Das war... Ist fast genauso wie das hier. Nur mit einer Tankstelle und so. Und Ladenverkauf und so. Richtig geil. Guckt es euch an. Das ist ein sehr tolles Let's Play gewesen. Und ist es eigentlich immer noch. Da kommt auch in Zukunft noch was dazu. Und ja, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich wünsche euch was. Bis dahin, wie immer. Haut rein, Leute. Adios. Ich wünsche euch.